Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon White. Hier sind wir letztens stehen geblieben. Wir sind immer noch im Einkaufszentrum. Aber wir gehen jetzt hier raus. Und sind jetzt auf Route 9 immer noch. Und hier gibt's ein Item. Aber erstmal möchte ich gegen ihn kämpfen. Das war, glaube ich, Stahlkampf. Jedenfalls sieht das Stahlkampf aus. Oh, und ich hab noch Zappaleck vorne. Okay, das zieht jedenfalls nichts. Ich glaube, Elektroattacken haben nicht wirklich eine Wirkung. Also ziemlich viel Lampf. Jedenfalls sind wir sowieso K.O. Egal. Nein, nicht wirklich, aber... Wir haben noch andere Pokémon. Au. Toll. Pokémon wechseln. Ähm. Mach ich einfach einen Knirscher und es sollte K.O. sein. Ja. Das war gerade so dumm. Es sollte K.O. sein. Das hatte nur noch 3 K.O. sein. Das hatte nur noch 3 K.O. sein. So. Eigentlich sollte mal bald ein Pokémon Center kommen. Aber ich bin schon ein bisschen angeschlagen. Was selten ist. Ähm. Ehm. 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 Trank habe ich hier irgendwas. So. Hier war irgendwo ein Item. Hier. Limonade. Hier gibt es... Jetzt mag ich hier runter. Mal gespannt, was hier für Pokémon gibt. Okay, das habe ich schon. Also, wir haben hier schon mal Metodos gesehen, was in Sicherung ist. Und das gibt Pokémon. Und ich setze jetzt Schutz ein. Wow. Wow. So, kurz Schutz suchen. Ähm, wo habe ich einen Schutz? Super Schutz. Also, ich weiß, dass hier irgendwo ein Item ist. Und hier ist eine Höhle unten. Und hier ist noch ein Pokéball. Top Genesung. Ey, ich wusste nie, dass hier eine Höhle unten ist. Echt. Aber wir können noch nicht rein. Wahrscheinlich, wenn wir alle acht Ohren haben oder... Ähm... ...die Top 4 besiegt haben. Keine Ahnung. Hier oben war noch ein Gegner. Hier oben war noch ein Gegner. Paraheiler, wo bist du? Da unten. Da unten. Da oben. Da unten. Die Kubik, die Müll CO2 vom Torp. Das ist gut, dass wir mit Cho das vorne haben. So, reicht's sicher schon? Nein. Was? Oh, ich... Ich kann mich selbst schlagen. Ich hab voll vergessen, dass Dings noch ein Unlicht-Pokemon ist. So gut, Keks. Man, peinlich, peinlich. Ah, es hat sich selbst besiegt. Hm. So, und wir sind eigentlich jetzt schon in der nächsten Stadt, wenn wir hier dieses Haus gleich verlassen. Oder den Durchgang. Da sehen wir auch Lauro. Um mein Auge juckt. Ja, Lauro. Oh. 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 Untertitelung. BR 2018 Okay Was haben wir sie schon mal getroffen? Heißt nicht Lilia oder so? Irgendwas mit L auch? Ach ja, die hat doch ihr Pokémon da einmal verloren. Wie hieß diese Stadt da? Diese ganz große Stadt. Hab ich vergessen. Ah ja, sie heißen, ja. Ah ja, sie heißen. Ah ja, sie heißen. Ja, wir sind in der Stadt. Und wir gehen mal kurz zur Lilia, weil die wollen uns ja erzählen. Die Geschichte der Drachen-Pokémon. Sag nicht, dass sie die Arena. Und wir gehen mal kurz. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich habe mich schon bei der DS-Version, ich habe schwarz, gewundert, dass ich gegen den Mann gekämpft habe, weil man sollte doch da eigentlich gegen eine Frau kämpfen. Also gegen Lilia. Frau würde ich sie noch nicht nennen. Sie ist noch ein Kind. Leichstein. Zierscheibe. Mal gespannt, ob Lilia genauso stark ist. Wie hieß es? Die Sander? Irgendwie sowas in der Art. So, aber wir gehen erst mal zum Pokémon Center. Und wir müssen uns unseren Laternen Ektio mal wiederholen. Ablegen. Mitnehmen. Das war ja auf 42. So, was sagt sie? Was für Items verkauft ihr hier so? Findest du mal? Aha, aha, aha. Ähm, tja. Sprechen wir den Typ hier oben an. Aber ich würde sagen, ich beende hier den Part, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.